Herzlich Willkommen auf den Warner Peace Institut Kanal, diesmal ein ganz besonderer Gast, nämlich Dr. Peter Seifert. Er hat Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Soziologie in München studiert. Er promovierte zum Thema der Utopien, schrieb über Ursula Le Guin. Er unterrichtet politische Theorie und seine Publikationen und seine Forschungsschwerpunkte handeln im Bereich des anarchistischen Staatsdenkens, nichtstaatliche Demokratien, egalitäre Macht- und Entscheidungsverfahren sowie Arbeit. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich habe viele spannende Fragen an Sie und wie gesagt, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne und ich bin auch schon gespannt, was Sie mich alles fragen und ob ich gute Antworten darauf finde. Bestimmt. Beginnen wir mal mit dem Persönlichen. Mich würde interessieren, was zieht Sie zum Anarchismus? Was interessiert Sie persönlich im Bereich des Anarchismus zu forschen? Und was verstehen Sie unter Anarchismus? Bevor ich jetzt zu einer Anarchismus-Definition komme, will ich erst meine beiden Motivationen kurz erwähnen. Einmal gibt es eine persönliche Motivation, die aus meiner Entwicklung, der Entwicklung eines Musikgeschmacks, der Zugehörigkeit zu jugendkulturellen Szenen zusammenhängt. Das heißt, ich habe im Hintergrund als Punker und Punk hat anarchistische Slogans. Und das wird oft gesagt, dass Punk mit den anarchistischen Slogans ja nur zu den eigenen Leuten spricht und deswegen im Grunde propagandatechnisch sinnlos ist. Aber das stimmt nicht, denn irgendjemand muss ja die Leute erstmal dazu gebracht haben, Anarchismus als eine Denkmöglichkeit und auch als eine Handlungsmöglichkeit überhaupt kennenzulernen. Und da hilft die Musik wirklich sehr stark, zusätzlich natürlich zu allen anderen Vorteilen, die es bietet. Ein Punker zu sein, kann ich wirklich nur empfehlen, auch heute noch. Das ist sozusagen aber persönlich und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, so nee, Punk, das ist jetzt gar nichts für mich, wer will schon in der Gosse rumflacken mit Springerstiefel und grünen Haaren. Also gefällt nicht jedem, muss auch nicht sein, gibt also viele Einstiegsmöglichkeiten. Aber eben es gibt niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten, die auch noch relativ simpel sind und häufig auch eine persönliche Ablehnung gegen Staat und Herrschaft und die Vertreter des Ganzen seien, dass jetzt Lehrer, Polizisten, Pfarrer und alle möglichen anderen, die einen sozusagen immer gängeln wollen. Da entwickelt man als Jugendlicher ja einen Widerwillen und da ist das erstmal ein toller Ausdruck. Punkrock und der Punkrock ist eben subversiv, weil er da den Anarchismus reinbringt. Aber Punk ist schon auch ein bisschen simpel, was das angeht. Da gibt es dann viele Slogans, Sprüche, man kann das schreien, man kann die Wut rauslassen. Aber was jetzt so genauere Argumente angeht oder sagen wir empirische Beispiele und dergleichen, da ist das dann doch eher schwach jetzt auf der ideologischen Ebene, möchte ich mal sagen. Und da habe ich eben als zweite Motivation, mich mit dem Anarchismus auseinanderzusetzen, wenn man so will, politikwissenschaftliche, fachinterne Gründe. Ich glaube nämlich, dass die Politikwissenschaft als Fach einen normativen Auftrag hat, den sie in den letzten ein, zwei Jahrzehnten möglichst versucht hat, unter den Teppich zu kehren. Und auch das aus guten Gründen. Ich meine, Politikwissenschaft sollte eine Demokratiewissenschaft sein, die möglichst danach strebt, herauszufinden, wie man mit möglichst wenig Herrschaft leben kann. Und sofern Herrschaft nötig ist, aber auch nur dann, müsste die Politikwissenschaft herausfinden, welche Herrschaft legitim ist und welche nicht. Und da muss sie sich die Frage offen halten oder die Antwort offen halten, dass man sagen könnte, eine bestimmte Herrschaft ist eben nicht legitim, zum Beispiel staatliche Herrschaft. Und da hat die Politikwissenschaft, wie sie an den Universitäten organisiert ist, ein strukturelles Problem. Die Universitäten sind staatlich und verlangen selbstverständlich von ihren Mitarbeitern, dem Staat Treue zu schwören. Das habe ich auch gemacht. Ich habe ja fast zwölf Jahre als Angestellter am Geschwister Scholl-Institut in München gearbeitet. Und ich konnte das auch problemlos machen. Die Staaten in Europa, in denen wir heute leben, sind ja lange nicht so schlimm wie das, was wir schon mal hatten. Also das geht schon, aber das hat offensichtlich auch viele Politikwissenschaftler an Universitäten so einen komischen Ausfluss oder so eine Nebenwirkung, die dazu führt, dass der Staat an sich nicht mehr in Frage gestellt werden kann. Also das geht sozusagen nicht in den Denkrahmen hinein. Und da hat mir natürlich mein Punkrock-Hintergrund geholfen, das schon machen zu können. Ich kann mich erinnern, erst letztes Jahr an einer der Universitäten in Hamburg, an der Helmut-Schmidt-Universität, gab es eine Konferenz zum Thema Legitimität des Staates. Und es gab überhaupt nur zwei Teilnehmer, die prinzipiell es für möglich gehalten haben, dass der Staat auch nicht legitim sein könnte. Für die anderen war das sozusagen eine Möglichkeit zu sagen, ja, warum ist denn der Staat legitim und was gibt es da für Theorien, die aber alle sozusagen ergebnisgeschlossen waren, also schon davon ausging sind, Staat ist sowieso. Ich meine, wir haben ja geschworen, ihm treu zu sein, wie können wir da jemals was anderes behaupten. Und nun bin ich der Meinung, dass man Staaten ganz grundsätzlich kritisieren kann und mit sehr starken Legitimationsansprüchen an Staaten herantreten müsste. Und dann können sich natürlich die Staaten bemühen, diese zu erfüllen. Und ich will gar nicht ausschließen, dass man staatsähnliche Strukturen aufbauen könnte, die legitim im strengen Sinne wären. Nur gilt das eben jetzt nicht für die Staaten, die wir haben, obwohl die immer noch sehr viel legitimer sind, als wenn wir beispielsweise in die DDR oder ins Dritte Reich oder ins Kaiserreich davor zurückblicken, die natürlich an Legitimitätsgrad wirklich ganz mies dastehen. Und der Anarchismus ist eben die herrschaftsfeindlichste aller Ideologien, mehr noch als andere, die auch sich zumindest die Freiheit so ein bisschen auf die Fahne schreiben, wie der Liberalismus. Und aus diesem Grund, glaube ich, dass wir uns aus der aktivistischen und theoretischen Tradition des Anarchismus bedienen sollten, um einfach die Möglichkeit offen zu haben, die Legitimität des Staates und anderer Herrschaftssysteme überhaupt zu untersuchen. Sehr spannend, ja. Ein interessanter Lebensweg auch, der sie dorthin geführt hat. Sehr spannend. Wir haben jetzt nun mehrere Dinge angesprochen. Also, Gabriel Kuhn hat das in seinem Buch über den Postanarchismus geschrieben. Und zwar, er meinte, er hat so eine trotzige Art gehabt. Also, ist Anarchismus auch so etwas kindisch Trotziges? Immer gegen etwas? Sind wir für nichts? Und ist es also in dem Sinne rein destruktiv? Oder gibt es wirklich auch eine Gesellschaftstheorie oder eine Demokratietheorie, die wir aufstellen und wo wir sagen können, okay, Gesellschaft kann auch anders sein. Also, und das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, weil Sie auch angesprochen haben, wir sind, also Anarchisten sind staatskritisch und eher ablehnend, beziehungsweise skeptisch, hinterfragen die Legitimation des Staates. Im Grunde will das ja der Neoliberalismus auch. Also, Abbau des Staates, Schwächung des Sozialstaates. Und kommen wir da nicht in gefährliche Wässer, wenn wir sagen, schwacher Staat. Und spielen wir nicht den Konzernen und den Neoliberalismus in die Hände, wenn wir so eine Ideologie vertreten. Und diese zwei Punkte würde ich gerne ein bisschen ausbuchstabieren. Gut. Es geht jetzt also eigentlich um die Frage der Negativität, der ablehnenden Haltung und auch der Destruktivität des Anarchismus. Und ich kann mich jetzt kaum hinstellen und behaupten, dass es das im Anarchismus nicht gibt. Das wäre also wirklich grober Quatsch. Schon der Begriff Anarchismus, den wir hier an der Stelle ja gleich mal klären können, ist zunächst ein negativer Begriff. Er setzt sich aus den beiden Silben an und archä zusammen, an im Grunde einfach die Ablehnung oder das Nichtvorhandensein vom Zweiten. Und das Zweite ist archä, kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie führen oder herrschen. Das hat etwas damit zu tun mit vorangehen und als erster etwas tun, einen Anfang setzen, der allerdings erst dann gültig wird, wenn andere sozusagen nachlaufen. Das hat vielleicht militärische Konnotationen, dass also der, der voranläuft und die anderen rennen ihm hinterher auf den Feind zu, dass das dann sozusagen, damit ist er der Anführer dieser militärischen Gruppe. Die alten Griechen haben ja immer gern so militärisch gedacht. Dann wird das übersetzt sozusagen auf die größere Politik. Da ist dann der Archist sozusagen der Vertreter oder Befürworter von Anführer und von deren Herrschaft. Und davon gibt es ganz viele Varianten, wo Leute sagen, ja, der Mensch braucht Führung und zwar interessanterweise durch andere Menschen, die offensichtlich nicht so viel Führung brauchen. Also es gibt dann immer zwei Sorten Menschen, obere und untere. Das war auch bei den alten Griechen so. Die haben zwar die Demokratie erfunden, die eine starke gleichmacherische Ebene hatten, aber eben nur für die oberen, also in dem Fall für die besitzenden Männer oder irgendwann nicht mehr die besitzenden, sondern alle Männer. Aber es mussten Athener Männer sein, durften keine Frauen sein, keine Kinder, insbesondere auch keine Ausländer oder Sklaven. Da konnten sich gar keine Gleichheit vorstellen. Und der Anarchismus ist nun eine Ablehnung all dieser Herrschaftsbeziehungen, sozusagen eine Ablehnung dieses vertikalen Menschheitsmodells, wo wir die Menschen sozusagen in Pyramiden oder hohen Türmen aufeinander stapeln können nach Wertigkeit und nach der Machtfülle, die ihnen zusteht. Der Anarchismus sieht das Ganze eher horizontal als normatives Modell. Das heißt, Menschen sollten nach Möglichkeit gleich viel Macht besitzen in ihren sozialen Beziehungen. Das betrifft die politischen Beziehungen, also die Frage, wie organisieren wir unser Stadtviertel oder unsere Stadt oder unseren Staat, wie auch immer, wie groß das sein mag. Da soll es dann eben so ein Mechanismen geben, die Gleichheit erzeugen oder zumindest die Abwesenheit von Mechanismen, die Ungleichheit erzeugen. Aber das gilt auch für viele andere Dinge, etwa das Geschlechterverhältnis oder das Verhältnis zwischen bestimmten Gruppen von Menschen, die eben gerade durch die Ungleichheit definiert und getrennt sind, wie beispielsweise im Bereich des Produzierens von Gütern, wo es eben Ausbeute und Ausgebeutete gibt. Da stellt sich dann der Anarchismus auch dagegen und er stellt sich gegen Fremdenfeindlichkeit beispielsweise. Der Anarchismus sollte sich gegen Antisemitismus stellen, obwohl es da auch unrühmliche Ausnahmen gibt. So könnte sozusagen eine Liste von Dingen aufstellen, gegen die der Anarchismus ist. Darin erschöpft sich jetzt der Anarchismus aber nicht. Der Anarchismus versucht auch, positive Gegenmodelle zu entwickeln, um zu sagen, hier, wir können es ja stattdessen auch so oder so machen. Aber es ist sehr viel schwerer, ein positives Modell zu entwerfen, auf das sich alle oder wenigstens viele einigen können, als zu sagen, was alles schlecht ist. Denn man kann sich leichter einigen über das Abzulehnende als über das Aufzubauende. Das ist in allen Bereichen so, nicht nur im Anarchismus. Also stellen Sie sich vor, wir würden gemeinsam eine Pizza bestellen, dann würden wir uns ganz schnell einig werden, was nicht drauf soll. Nämlich sowohl nicht das, was Sie nicht mögen, als auch nicht das, was ich nicht mag. Und die Frage ist, ob dann zum Schluss überhaupt noch ein Belag rauskommt. Vielleicht wird es nur Olivenöl und Oregano. Aber wir sind uns ganz sicher, dass keine Hundescheiße auf die Pizza soll. Also so, das ist sozusagen das Problem. Wie macht man positive Entwürfe? Das Problem stellt sich auch allen anderen Ideologien, auch der Liberalismus oder der staatsorientierte Sozialismus. Auch der im Grunde ebenfalls ideologisch auftretende Konservatismus muss ja irgendwelche Modelle vorzeigen und sagen, so, so wollen wir das, so wäre es richtig. Und alle diese Ideologien einschließlich des Anarchismus zeigen eine große Vielfalt von unterschiedlichen Entwürfen. Sie gehen aber unterschiedlich damit um. Den Anarchisten scheint es zu gefallen, dass es da so eine große Vielfalt gibt. Die streiten schon untereinander und werfen sich gegenseitig vor. Aber das ist dann ja gar nicht mehr anarchistisch, was du da vorschlägst oder so. Ja, aber sie haben zum Beispiel keinen Mechanismus festzulegen, was ist jetzt kanonisch anarchistisch? Was ist sozusagen unser eines richtiges Modell? Während alle anderen als sozusagen, naja, falsche Anarchisten, rechts, links, abweichler oder was weiß ich, wie wir es etwa im Marxismus kennen? Also so fällt es dem Anarchismus insbesondere von Außenbetrachtung her schwer zu sagen, wofür ist er eigentlich als ein Gesamtding, weil es da keinen Konsens gibt, weil es nicht so sein soll. Genau, da wären wir auch schon eigentlich bei der zweiten Frage, nämlich welche Traditionslinien gibt es überhaupt? Und da würde mich auch interessieren, wo, in welcher Linie sie sich wiederfinden. Der Anarchismus ist eine recht vielgestaltige Ideologie, Bewegung und auch Lebensweise. Es sind sozusagen schon, also jede der Strömungen, die es gibt, erfüllt mehr oder minder bestimmte Eigenheiten in diesen drei Dimensionen. Ideologisch, also was hält man für richtig? Worin besteht die Kritik an der Herrschaft? Das sehen verschiedene Anarchisten unterschiedlich und ordnen sich entsprechend verschiedenen Traditionen oder Unterarten des Anarchismus an. Dann aber auch, auf welche Art und Weise versucht man, den Anarchismus in die Wirklichkeit umzusetzen? Also zum Beispiel vielleicht revolutionär oder durch einen Streik oder durch subversive Überzeugungsarbeit und so weiter. Und die dritte Dimension, in der der Anarchismus sich vielfältig zeigt, ist die Art und Weise, wie Anarchisten den Anarchismus im eigenen Leben verwirklichen wollen, sofern sie das tun. Also diese, ich sage mal, Lifestyle-Frage, wie anarchisiert man das eigene Leben? Und daran könnten wir jetzt eine relativ komplexe, dreidimensionale Taxonomie des Anarchismus aufstellen. Das schaffe ich jetzt aber gar nicht in der kurzen Zeit und will nur deswegen ganz grob auf ein paar wichtige Differenzierungen eingehen. Und ich glaube, die wichtigste Differenzierung ist die Frage nach dem Menschenbild, das den Anarchismus von Anfang an, wo es zwei Varianten gibt. Viele glauben, es gibt drei Varianten und die dritte Variante ist die wichtigste, nämlich die Gruppe, wo die Anarchisten glauben, der Mensch ist einfach nur gut und wenn man ihn in Ruhe lässt, dann wird schon alles von alleine zu einem Paradies. Das habe ich jetzt aber komischerweise, also diese Vorstellung finde ich nur bei anti-anarchistischen Autoren, die sagen immer, die Anarchisten glauben das und wenn man dann bei den Anarchisten nachliest, gibt es das da nicht. Ja, also das ist sozusagen eine reine Fantasie des guten Menschen. Lassen wir das also weg, aber trotzdem gibt es zwei Menschenbilder, die nicht so richtig zusammenpassen wollen, die es bei dem Anarchismus gibt. Und zwar gibt es da einerseits einen sozialen Anarchismus, der sehr stark mit der sozialistischen Bewegung auch zu tun hat und andererseits gibt es ein Individuum, das individualistische Menschenbild, das sich, was die Ideengeschichte angeht, sogar häufig bei liberalen Theorien bedient. Also wir haben sozusagen zwei große Traditionslinien. Oft wird versucht, die auch miteinander zu verknüpfen. Das ist zum Beispiel was den Anarchismus von Noam Chomsky ausmacht, dass er darauf besteht, dass es sowohl eine sozialistische als auch eine liberale Traditionslinie hat. Oft passen die aber nicht richtig zusammen. Und ich will dafür zwei Beispiele nennen. Zum einen haben wir auf der individualistischen Seite Max Stirner als wirklich eine Leuchte des extremen Individualismus. Das ist ein Autor, der eigentlich nur ein wichtiges Buch Mitte des 19. Jahrhunderts geschrieben hat, Der Einzige und sein Eigentum. Und das ist ein, ich möchte sagen, ein herrlich giftiges Buch, ein gefährliches Buch, gefährlich für die Leser des Buches. Also das kann man lesen und in den falschen Hals kriegen und anschließend geht das eigene Leben den Bach runter. So wie bei Stirner selbst auch. Das ist ein Buch, das ein alles in Frage stellen lässt. Alle Bindungen des Individuums an alle möglichen realherrschaftlichen, aber auch irgendwie ideologisch auf den falschen Weg leitenden Vorstellungen, die er als Sparren und als Spuk, also als Spinnereien sozusagen verwirft. Stirner ist einer, der auf geradezu manische Weise vor der Manie warnt. Also jemand, der sagt, wir müssen uns nicht nur befreien von allem Möglichen, was uns einschränkt. Freiheit genügt noch gar nicht. Freiheit bedeutet ja nur, dass ich was los bin. Man muss auch was haben. Das heißt, es ist ihm das Eigentum sehr wichtig, wobei das wichtigste Eigentum die Eigenheit ist, nicht so sehr das Geld. Geld ist ja nur was wert, wenn andere es anerkennen. Und für Stirner ist es wichtig, nicht nach der Anerkennung von den anderen irgendwie zu streben, sondern wirklich auf eigenen starken Füßen zu stehen. Ich meine aber, dass das ein zu reduziertes Menschenbild ist, dass ein Individuum allein gar nicht bestehen kann. Ich glaube, dass wir von der Konstitution her soziale Wesen sind und deswegen sehr wohl auf die Anerkennung anderer angewiesen sind, die wir sozusagen nicht erzwingen können. Selbst wenn ich ganz selbst genügsam wäre und nur mir eigene Ziele setzen könnte, wie beispielsweise, dass ich perfekt Klavier spielen kann, so wäre mir Stirners Philosophie daran fast hinderlich, weil Stirner sagt, selbst wenn ich mir gestern vorgenommen habe, ab jetzt jeden Tag eine Stunde zu üben, dann bin ich doch heute nicht mehr an den Quatsch von gestern gebunden, weil ich ja völlig frei sein soll, auch von meinen früheren Vorhaben. Und so werde ich sozusagen immer ein Stümper in allem bleiben, was ich tue. Das ist ein bisschen schade, weil man könnte selbst für sich allein egoistisch, individualistisch mehr erreichen, wenn man fähig wäre, sich selbst auch zu binden. Diese Selbstbindung ist wiederum jetzt in der anderen Tradition des Anarchismus, im sozialen Anarchismus sehr viel stärker. Sie hängt damit zusammen, dass verschiedene Menschen ihre unterschiedlichen Interessen und Geschmäcker und so weiter ja irgendwie unter einen Hut bringen wollen, wenn es ihnen nicht von oben aufgezwungen werden soll. Es gibt ja sozusagen ein Koordinationsproblem zwischen den unterschiedlichen Personen, die ja unterschiedliche Ziele haben können, die in Konflikt miteinander geraten können. Und die klassische Lösung der Politikwissenschaft und auch der politischen Realität besteht darin, dass dann von oben sozusagen eine Ordnung aufgezwungen wird. Von oben wird gesagt, hier, ihr müsst das so oder ihr müsst das so machen, dass die Reibungskonflikte zwischen den Individuen abnehmen, sozusagen aus Angst vor der Strafe von oben oder aber in Anerkennung der Legitimität von denen da oben. Der Anarchismus möchte jetzt irgendwie eine Handlungskoordination zustande bringen, die sozusagen auf diesen Zwang von oben verzichten kann. Dazu müssten sich aber sozusagen irgendwie miteinander zusammenkriegen, die Leute. Und das kann man entweder machen, indem man leugnet, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Und sowas findet man manchmal vor allem bei den klassischen Anarchisten, dass die so etwas schreiben. Und da muss ich mir sagen, das ist unrealistisch. Also wir können nicht damit rechnen, dass die Leute wirklich irgendwann alle sowieso einer Meinung sind und nur gemeinsame Interessen haben. Das ist Quatsch. Denn was muss mit mir passieren, dass ich allen anderen zustimme? Da müssen die anderen mich schon ganz schön bearbeiten. Ganz lässt sich nicht verhindern. Wir müssen versuchen, durch kommunikatives Handeln zu einer Einigung zu kommen. Und wenn das nicht möglich ist, dann fangen wir eben an, strategisch zu handeln. Und jeder versucht vielleicht im Rahmen eines Kompromisses wenigstens möglichst viel für sich rauszuholen. Und ich glaube, dass beides notwendig ist, dass wir also dann politische Verfahren brauchen, diese Koordination zwischen uns zustande zu bringen. Ich würde dabei auf Strukturen setzen, die eben nicht hierarchisch sind, sondern die Machtgleichheit herzustellen versprechen. Das finde ich jetzt aber bei keinen der klassischen Tradition, die es da gibt, individualistische oder sozialistische, kommunistische Anarchismen. Wenn man mich festlegen wollte, dann würde ich mich eher zu den Anarchokommunisten zählen. Ich habe mich auch viel mit Kropotkin beschäftigt, bin jetzt aber kein Kropotkinist. Also schon zu Kropotkins Zeiten hat ein Max Netzlau sich beklagt, dass es so viele Kropotkin-Gläubige gibt, die, was immer Kropotkin behauptet, sagen sie, ja, dann muss das stimmen, weil Kropotkin hat es gesagt. Das halte ich jetzt für ziemlich dumm und auch für unanarchistisch, obwohl ich insgeheim natürlich hoffe, irgendwann ein eigenes, sozusagen ein eigenes philosophisches, soziologisches, utopisches System aufstellen zu können, wo ich sagen kann, hier schaut mal so, glaube ich, könnte das funktionieren. Und dann bin ich eitel genug, meine eigenen Dinge, die ich da produziere, als Proto-Seifertismus zu bezeichnen. Also ich würde natürlich sagen, ich bin gegen den Seifertismus, das wäre ja dämlich, dass alle mir nachlaufen, wie im Marxismus die Leute den Marx-Engels-Lenin und so weiter nachlaufen, obwohl es mir natürlich schmeicheln würde, denn ich bin eitel und ich bin auch machtbewusst, ja, so sind die Menschen nun mal. Anarchismus muss sozusagen was schaffen für Leute wie mich. Und viele andere auch, die eben keine guten Menschen sind. Und ich glaube, dass keine der bisherigen anarchistischen Traditionen das leisten kann. Ich glaube aber, dass es im Prinzip leistbar ist und ich würde gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass wir das irgendwann auf die Reihe kriegen, am besten noch zu meinen Lebzeiten. Okay, sehr spannend. Ich finde das eine sehr spannende Einteilung eben in diesem, die Einteilung vom Menschenbild her. Also wir haben auf der einen Seite das gezeichnet, diese Traditionslinie eher des Individualismus. Anarchokapitalisten, also sprich Libertäre wie Marie Rothbard oder Ron Paul, der Präsidentschaftskandidat war in den USA. Also diese ganze Traditionslinie oder auch Hayek, die gehen auf dieses Libertäre, fast schon anarchistische Denkmuster. Der Markt reguliert sich von selbst. Die Individuen müssen frei handeln und dann ist alles okay. Und natürlich blendet das viel aus, wie Sie schon eben gesagt haben. Ja, wenn ich da ganz kurz, Entschuldigung, noch darauf eingehen kann, weil da haben Sie vorhin auch die Frage gestellt über die Nähe zum Neoliberalismus und der Schwächung des Staates als sozusagen gemeinsames Merkmal von Anarchismus einerseits und Neoliberalismus andererseits. Ich glaube aber, dass das eine Fehlwahrnehmung ist, dass es nämlich, dass wir sozusagen, ich würde es hier gerne zwischen drei Dingen unterscheiden. Erstmal der Neoliberalismus, der tritt auf mit einer, ich sage mal, Rhetorik der Staatsschwächung, die aber nichts mit der tatsächlichen neoliberalen Politik zu tun hat. Der Neoliberalismus schwächt den Staat keineswegs. Er sorgt lediglich dafür, dass dieser Staat jetzt andere Aufgaben wahrnimmt oder seine Ressourcen anders verteilt werden. Maggie Thatcher als die, wenn wir vergleichen, die Staatsquote in Großbritannien zwischen dem Beginn der Thatcher-Ära und dem Ende der Thatcher-Ära, da war die Staatsquote gleich hoch. Die hat überhaupt nicht die Menge Geld, die der Staat ausgegeben hat, verändert. Sie hat es nur verändert, wem es gegeben wird. Vorher ging es halt sehr viel um Sozialausgaben und dergleichen und am Ende ging es eigentlich darum, also mittendrin ging es darum, die Gewerkschaften zuzuschlagen. Dann ging es darum, einen Krieg zu führen und wiedergewählt zu werden. Also Geld wird sozusagen von sozialen Dingen im Militär und in letzter Zeit auch immer häufiger Überwachung und dergleichen mehr gesteckt. Der Neoliberalismus ist also überhaupt nicht staatsfeindlich. Er sagt nur, der Sozialstaat soll sozusagen in einen geradezu geldaristokratischen Durchsetzungsstaat für Konzerne werben. Dann haben wir die Anarchokapitalisten, die gewisse Überschneidungen einerseits zum Anarchismus und andererseits zum Neoliberalismus haben. Friedrich August von Hayek ist da ein gutes Beispiel dafür, der in Richtung Neoliberalismus geht, aber schon sehr staatskritisch ist und in andere Richtung würden den Murray Rothbard und solche Gestalten stellen, die sich Anarchisten nennen, was Hayek nicht macht und was die Neoliberalen auch nicht machen, der aber zum Beispiel für den Kapitalismus sehr stark sich einsetzt. Und ich glaube, dass da einfach sozusagen die Vorstellung, was Herrschaft ist und warum sie abzulehnen ist, einfach zu eng gedacht ist. Der Staat ist ein Herrschaftsmonster. Ich glaube, man darf es ruhig Monster nennen, weil ja auch die stärksten Befürworter des Staates davon ausgehen, dass es ein Monster ist. Man denkt ja an Thomas Hobbes und solche Leute. Also dieses Monster ist ein Monster und Anarchisten wollen es abschaffen. Ja, ganz klar gibt es viele gute Gründe, aber es ist nicht das einzige Monster, das da draußen herumläuft. Was heißt da draußen? Es läuft in uns herum. Das Staat, es steckt auch in mir drin und in mir steckt eben auch dieses andere Zeug. Kapitalismus steckt in mir, Rassismus steckt in mir, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, der ganze Mist. Ja, ich möchte ihn nicht haben, aber ich bin in so einer Welt aufgewachsen, die mich sozialisiert hat. Und der Kapitalismus ist eben jetzt nicht der Garant der Freiheit, sondern das ist ein Wirtschaftssystem, das darauf angewiesen ist, dass die Kapitalisten sich untereinander nicht in Kriege verwickeln, was sie können durch die Monopolisierungstendenz. Arbeiter werden ja deswegen Arbeiter nicht, weil sie so gerne arbeiten, sondern weil man sie sozusagen erpresst. Also man muss seine Arbeitskraft verkaufen, weil man sonst verhungert. Und das wird auch mit Gewalt so durchgesetzt. Jedenfalls bisher überall, wo Kapitalismus eingeführt wurde, wurde mit Gewalt eingeführt. Und das ist ein Herrschaftssystem. Und ich finde, Anarchisten sollten bemüht sein, sich gegen alle Arten der Herrschaft auszusprechen, einzusetzen, sie auch zu bekämpfen womöglich. Und das unterlassen die Anarchokapitalisten, die sozusagen eine bestimmte Art der Herrschaft, die Herrschaft der Bosse über die Arbeiter, gutheißen. Das heißen die Neoliberalen auch gut. Die Neoliberalen wollen den Staat dazu einsetzen. Die Anarchokapitalisten hoffen, dass das ohne Staat geht. Aber die Anarchisten müssen sich von beidem distanzieren und sagen, hier, wir wollen nicht nur keinen Staat, wir wollen auch keinen Kapitalismus. Also auch nicht die Herrschaft der Bosse, insbesondere auch sozusagen auf systemischen Bereich, die Herrschaft der Großkonzerne. Sehr spannend. Wir haben einen großen Strang, der jetzt seit, ich sage einmal, fünf bis zehn Jahren groß geworden ist, ausgelassen. Und zwar, ich erinnere mich, es gab 71, wenn ich mich nicht täusche, in Belgien, The Debate of the Century zwischen Michel Foucault und Norm Chomsky. Es gibt es auch als Buchformat. Und ich glaube, zwischen den beiden und dieser Konflikt, der damals entstanden ist, kann man heute noch auch eine Trennlinie im Anarchismus feststellen, nämlich zwischen Postanarchismus und den sogenannten klassischen, weil einen kanonisierten gibt es ja nicht, wie wir schon gesagt haben. Ich nenne es trotzdem mal klassischen. Und diese Streitigkeit ist teilweise tief. Teilweise, glaube ich, können wir aber schon dem einstimmen mit der Kritik, nämlich, dass, wenn ich jetzt so an Gabriel Kuhn denke oder Saul Newman, dass sie sagen, okay, Anarchismus ist eine durchaus weiße Bewegung, eine durchaus bürgerliche Bewegung, wenn man sich anschaut, Kotkin war Adeliger, Bakunin und so weiter, also Bildungsschicht, alle Akademiker, mega bürgerlich und so weiter. Wenn man sich anschaut, dass die analytische Kategorie Geschlecht teilweise oder komplett ausgelassen wurde und nur implizit mitschwingt in diesem egalitären Verhältnis, dann haben sie schon eine Lücke. Oder auch, man denkt an Prodown und Bakunin, das waren Sexisten und Antisemiten. Also, der Anarchismus hat schon riesige Probleme seit seiner Anfangszeit. Und ich glaube, der Postanarchismus tritt hier in eine Kerbe rein und sagt, hey, warte mal, ihr müsst euch erneuern. Ich wüsste gerne, weil du auch viel zu Chomsky forscht und Vorträge hältst und viel über ihn gelesen hast. Ich wüsste gerne, weil von Foucault aus ist ja dieser Poststrukturalismus und dann im Nachhinein auch der Postanarchismus gekommen. Ich wüsste gerne in dem Streit, oder vielleicht ist es gar kein Streit, zwischen den beiden Bewegungen. Wo siehst du dich da und wo positioniert sich Chomsky hier? Ich glaube, das kann man schon so sagen. Es gibt tatsächlich bei diesen unterschiedlichen Strömungen, die ich ja bei weitem nicht alle habe aufzählen können, noch diese wichtige Unterscheidung. Der klassische Anarchismus, der sich auch ein bisschen auf die Staatsanalyse und Klassenanalyse des 19. Jahrhunderts stützt, was bei Anarchisten des 19. Jahrhunderts nicht anders zu erwarten ist. Und eben eine viel, ich sage mal, viel mehr auf die Kleinigkeiten achtenden Machtanalyse, wie wir sie in Folge von Foucault kennengelernt haben. Also dieses Streitgespräch Chomsky-Foucault, das ist also wirklich grandios. Kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal diese Videos anzusehen. Und ich kann mir das anschauen und gar nicht richtig sagen. Also jeden von beiden kann ich gut nachvollziehen und sagen so, ah ja, stimmt. Und dann stimmt das andere auch wieder. Und die Frage ist, reden die halt aneinander vorbei? Oder ist womöglich eine Art Synthese der beiden Erkenntnisarten möglich? Und das will ich gar nicht ausschließen. Denn es ist doch so, heutzutage, wenn man sich mit Anarchismus beschäftigt, kommt man eigentlich nicht darum herum, sich mit dem poststrukturalistischen Anarchismus oder kurz Postanarchismus auseinanderzusetzen. Im deutschsprachigen Bereich ist sicher Gabriel Kuhn einer der wichtigsten. Autoren oder vielleicht Rezipienten dieser Richtung. Jürgen Münken wäre ein anderer, die man dann nennen müsste. Also das ist wirklich, die bringen neue Erkenntnis in die alte Machtkritik des Anarchismus herein. Und im englischsprachigen Bereich gibt es da noch viel mehr, brauche ich gar nicht alles aufzuzählen. Es tritt aber dieser Postanarchismus häufig so auf, als würde er nachweisen, das und das und das haben die alten Anarchismus grundsätzlich falsch gemacht. Und zum Teil mag das stimmen, aber eben nicht nur. So gehört es zum Beispiel zum Postanarchismus, den Anti-Essenzialismus zu betonen. Also sozusagen, man kann das vielleicht vereinfachend so sagen, dass die Vorstellung, dass jemand zum Beispiel wesenshaft ein Proletarier ist, dass der deswegen bestimmte Denkweisen hat, bestimmte Interessen hat, bestimmte Aktionsweisen, dass die dem besonders nahe liegen. Und zwar vom Wesen her und nicht allein abhängig, sondern von ideologischen Einflüssen und Ressourcen, die er zur Verfügung hat und sonstigen Umweltdingen. Diese Vorstellung, die wir zum Teil tatsächlich in zum Beispiel in alten syndikalistischen Zeitschriften vertreten finden, die werden, finde ich, zu Recht dafür kritisiert, dass sie übersehen haben, dass es da sozusagen ein, man kann sagen, kulturell bedingt, aber auch sozialisationsbedingte Art und Weise gibt, mit anderen Leuten umzugehen und dass das als kleine Machttaktiken verstanden werden können, die in praktischen allen sozialen Beziehungen bestehen und zwar auch innerhalb der anarchistischen Bewegung, die keineswegs selbst sich so anarchistisch organisiert, wie sie es gerne hätte. Das ist ein wichtiger, richtiger Kritikpunkt, aber zugleich versuchen diejenigen, die Freude an den alten klassischen Anarchisten finden, da eben rauszusuchen, so Moment, hier gibt es ja auch was anderes. Also beispielsweise Stirner ist ja nun einer der heftigsten Anti-Essenzialisten, die wir überhaupt finden. Also da, das findet sich dann auch in der postanarchistischen Literatur, diese Wiederentdeckung Stirners, aber Gabriel Kuhn hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir das auch in der Wissenschaftskritik von Bakunin finden. Es genügt also nicht zu sagen, hier ist sozusagen, müssen wir eine starke Trennung aufziehen, wir müssen sozusagen die Einzelfälle ansehen und dann ist es korrekt, den Bakunin für seine antisemitischen Äußerungen zu kritisieren. Die sind einfach unanarchistisch, weil er plötzlich doch wieder diese zwei Menschenarten gegeneinander stellt und den Juden eben unterstellt, hier im Prinzip mit dem klassischen antisemitischen Kram, Finanzelite und so weiter. Also das ist, da ist er einfach ein Kind seiner Zeit und bedient sich dem typischen Kram. Bei Proudhon finden wir es auch. Also fürchterliches Zeug und da ist es gut, dass sich der Anarchismus weiterentwickeln kann, während aber gleichzeitig Bakunin, indem er die Wissenschaft kritisiert, von diesem, ich sag mal, objektivistischen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts auch schon Abstand nimmt, die man eigentlich erst dem Poststrukturalismus zuschreibt. Vielleicht darf ich noch Gustav Landauer als ein Beispiel nennen für jemanden, der im Grunde Stichwortgeber für viele der heutigen Postanarchisten gelten kann. So muss man das sagen, etwa mit seiner Staatsdefinition. Vor ihm ist im Anarchismus der Staat gerne als sozusagen ein externes Ding vorgestellt worden, das sozusagen dem Anarchisten gegenüber tritt, dass sie dessen von außen irgendwann zerschlagen und wegbringen können. Und das scheint nun eine falsche Vorstellung zu sein. Es gibt zwar Elemente des Staates, die uns äußerlich sind, die von außen auf uns zutreten, übergriffig werden können und so weiter. Aber der Staat ist eben auch etwas, das wir in uns tragen. Und vor allem ist es etwas, das wir reproduzieren, indem wir uns auf eine bestimmte Art und Weise zueinander verhalten. Das hat Landauer toll herausgearbeitet, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, noch lange bevor es losging mit dieser Mikropolitik, die Foucault analysiert hat und auf die sich ja die Postanarchisten berufen. Drum glaube ich, dass der klassische Anarchismus und der Postanarchismus im Grunde das gleiche Projekt verfolgen, nur eben mit anderen theoretischen Bezügen. Und ich halte es für sehr wertvoll, sich mit dem Postanarchismus zu beschäftigen, wobei man aufpassen muss, es werden im Postanarchismus häufig klassisch anarchistische Strohmänner gebaut, nur damit man sagen kann, wie innovativ man jetzt theoretisch ist. Also ich würde sagen, das ist ein Weiter, ein Lernen, das dazukommt, dass immer wieder dazukommen muss, auch was den Feminismus angeht. Also fürchterlich, was Proudhon da geschrieben hat. Also das war ein richtiger Frauenfeind, fürchterlich. Sehe ich jetzt bei Bakuni nicht so stark, der auch schon freie Liebe, ob freiwillig oder nicht, bin mir nicht ganz sicher. Die Haft hat ihm wohl richtig kaputt gemacht und hat dann sozusagen eine Dreierbeziehung begonnen in Sibirien. Das hat sich nicht richtig theoretisch manifestiert in seinen Büchern, in seiner Biografie eben schon. Und dann gibt es immer wieder Frauen in der anarchistischen Bewegung, die sich sehr, sehr stark für die Frauenrechte einsetzen, wo sie jetzt nicht wahlrecht verstehen, sondern zum Beispiel die Freiheit, sich Liebespartner auszusuchen, die Freiheit über den eigenen Körper, also im Sinne von Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln und dem Recht auf Abtreibung dafür etwa zu kämpfen und so weiter. Und auch in der anarchistischen Bewegung wahrgenommen zu werden als gleichstarke, gleichberechtigte Mitkämpfer, was keineswegs der Fall war. Anarchismus war lange eine Männerveranstaltung. Und wie Sie richtig gesagt haben, eine weise Veranstaltung, eine vor allem europäische Veranstaltung, zu einem großen Teil eine bürgerliche Veranstaltung, obwohl man nicht leugnen sollte, dass gerade in den 1920er und 1930er Jahren in mehreren Ländern Europas der Anarchosyndikalismus sehr stark war, der auf wirklich hunderttausendfacher proletarischen Basis bestand. Also das gibt es schon auch. Je mehr ich über den Anarchismus lerne, desto mehr Kritikpunkte, finde ich, aber desto mehr bewundernswerte Aspekte tauchen auch immer wieder auf. Also es ist ein ständiges Hin und Her. Absolut, ja. Genau das fasziniert mich auch in dieser Forschung, nämlich, dass man parallel dazu lernt, dass es ein flexibles Gerüst ist, nicht ein Dogma, das starr ist, das man anbetet, sondern man lernt dazu, man akzeptiert Konflikte, Antagonismen. Genau, also Sie promovierten zum Thema Utopien, Ursula Le Guin, da wüsste ich gerne, was kann an Utopien politisch sein, sind das nicht einfach Märchen, Wunschträume von verträumten, vielleicht eingerauchten Typen und was können wir aus diesen Utopien gewinnen und wie wichtig sind sie eigentlich für Demokratietheorien? Utopien haben ja jetzt inzwischen schon eine 500 Jahre alte Tradition und in der Zeit haben sie unterschiedliche Funktionen erfüllt, die sich auch in der literarischen Form der Utopie zeigen. Ich glaube, dass Utopien heutzutage vor allem dazu dienen können, die Vorstellungskraft zu erweitern. Das heißt, durchs Lesen von Utopien beschäftigen wir uns mit alternativen politischen, sozialen, wirtschaftlichen, pädagogischen und so weiter Systemen, die auf eine Art und Weise beschrieben werden, dass wir sie uns auch vorstellen können. Das macht dann mit uns etwas in der Wahrnehmung der Welt, weil dann sozusagen wir, damit wir diese Texte verstehen können, das gilt generell für gute Science Fiction Literatur, da müssen wir in der Lage sein, neben der realen Welt, in der wir ja tatsächlich leben und in der wir uns einigermaßen auskennen müssen, damit wir zurechtkommen, müssen wir, um die Texte zu verstehen, noch weitere Welten zumindest soweit verstehen, damit wir das Handeln der Leute, die da drin zugange sind, dass wir das nachvollziehen können. Science Fiction beschreibt häufig einfach nur die Extrapolation von irgendeiner Erfindung. Ja, es gibt jetzt, was weiß ich, eine Zeitmaschine, also können wir das und das machen oder überlichtschnellen Weltraumflug, also können wir das und das machen. Das ist auch ganz nett und unterhaltsam. Das lässt sich auch gut in Filmen einarbeiten. Aber mich interessiert vor allem die Literatur, die utopisch ist, weil da der Fokus der Erzählung auf diesen alternativen sozialen Einrichtungen liegt. Die Welt, in der wir leben, lernen wir ja meist auch durch verschiedene Texte kennen, also zum Beispiel durch Zeitungsartikel, die uns erzählen, dies und jenes ist in folgenden politischen Institutionen passiert. Oder wir lernen es kennen durch Erzählungen. Freunde, Bekannte von uns haben irgendwelche Erlebnisse gemacht. Wir lernen es kennen über Steuerformulare, die wir nach Hause geschickt bekommen, über Strafbefehle, über den ermahnenden Zeigefinger des Polizisten und so weiter. Ja, also vieles wird uns erzählt und daraus bauen wir uns ein Bild davon zusammen, wie die Gesellschaft ist und wie sie funktioniert. Das wird meistens so gemacht, zumindest von der Seite der Autoritäten her, dass es möglichst nicht so scheint, als könnte man es auch ganz anders machen. Denn das wäre jetzt aus Sicht gerade dieser Autoritäten im Grunde blöd. Ja, also das ist ja gerade eine Anleitung zu der Selbstvernichtung, wenn man das Subversive zulässt. In der Literatur ist aber alles erlaubt und folglich kann gerade so eine utopische Science Fiction uns dabei helfen, uns etwas anderes vorzustellen. Okay, und jetzt ist die Frage so eine Vorstellung. Das ist natürlich jetzt erstmal eine reine Fantasie. Das findet ja nur in meinem Kopf statt. Das ist zunächst mal wahr, aber es erzeugt sozusagen die Art, ich sag mal Schizophrenie, die zur Kreativität einlädt. Das ist ja sozusagen, wenn wir hier in Krankheitsbegriffen reden wollen, die Rechten, die Krankheit der Rechten ist die Paranoia, ja, die haben Angst. Und die Krankheit der Linken ist die Schizophrenie. Die stellen sich noch eine zweite Welt vor, die viel besser ist. Und da ist mir die Schizophrenie, die ist lustiger, die ist mir da angenehmer. Ich weiß natürlich, dass das wirkliche Krankheiten sind, dass die Menschen darunter leiden. In gewisser Weise ist es eine zynische Ausdrucksweise. Aber ich muss mich ja gerade gegen den Vorwurf, mich selbst in ein Wolkenkuckucksheim zu begeben, erwehren, wenn ich mich mit Utopien beschäftige. Ich muss vielleicht kurz über verschiedene Arten von Utopien sagen, weil Utopien auch zu Recht im Misskredit geraten sind. Am Anfang, als die ersten Utopien erschienen, Thomas Morus, Utopia aus dem Jahr 1516 ist da ja begriffsbildend. Da hatten wir das sozusagen mit einer Art Reiseliteratur zu tun. Ein Reisender fährt irgendwie zu einer anderen Insel auf dem Globus. Die Welt ist ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ganz entdeckt. Also könnte sein, dass irgendwo die Insel Utopia existiert und der Reisende kommt dann irgendwann zurück und berichtet uns ganz begeistert, wie toll das da ist. Also er ist ein Konvertit, 150 Prozent überzeugt. Und alles scheint dort irgendwie perfekt oder wenn nicht perfekt, so doch zumindest funktionstüchtig, rational und wünschenswert zu sein. Und das entwickelt sich weiter, ist aber zunächst mal ganz harmlos, weil es im Grunde ja nicht mehr darstellt als eine moralische Versicherung dessen, dass es auch anders geht als in der Realität, die ja in den Utopien auch immer kritisiert wird. Nun ändert sich aber die Ansicht darüber, wie die Welt funktioniert und wie Geschichte abläuft im Laufe der Zeit. Ich kann das jetzt nicht ausführen, was da alles passiert. Es kommt aber dazu, dass die Utopien nicht mehr auf anderen Inseln, sondern in die Zukunft versetzt werden. Man kann sie also nicht mehr erreichen, indem man um die halbe Welt segelt, sondern man erreicht sie, indem man die Gesellschaft verändert, womöglich revolutionär. Und plötzlich werden Utopien zu so etwas wie Beschreibungen einer zu erkämpfenden oder zumindest aufzubauenden Welt. Und das ist sehr problematisch, weil das den Eindruck erweckt, als könne man so eine Art Blaupausen erstellen und als könne man eine Gesellschaft einfach so aufbauen, wie man möchte. Das geht aber aus mehreren Gründen nicht. Zunächst mal, weil die Welt so komplex ist, dass sowieso niemand genug Durchblick hat, um die Hebel zu kennen, an denen man drehen müsste, die Stellräder. Und zum anderen deswegen, weil viele Leute sehr unterschiedliche Wünsche haben und man ja gegen deren Willen das aufbauen müsste, als er sehr schnell zu Unterdrückungsmechanismen käme. Nicht für alle Utopien ist das schlimm. Also wer eine Unterdrückungsutopie hat, wer sich wünscht, andere zu unterdrücken, kann das natürlich sehr konsistent durch Unterdrückung durchsetzen. Wer aber wie die Anarchisten gerade die Unterdrückung, Entfremdung, Ausbeutung, all diese Herrschaftsmechanismen abschaffen will, kann das wohl kaum auf dem Wege eben der Unterdrückung, Ausbeutung und anderer Herrschaft machen. Und das konnten Utopien bis Anfang des 20. Jahrhunderts hinein irgendwie nicht richtig leisten. Das hat nicht richtig funktioniert auf der Art und Weise, wie sie erzählt waren. Das waren häufig so eben Berichte von der guten Ordnung als gute Ordnung. Und im 20. Jahrhundert kam das auf, dass Autoren versucht haben, diese Idee literarisch umzuformen, indem plötzlich sehr narrativ in der Form des literarischen Romans erzählt wurde, wie es sich für einzelne Personen eigentlich anfühlt, wie das so ist, in einer besseren oder gar perfekten Ordnung zu wohnen, die selbstverständlich, um perfekt zu bleiben, alle Abweichungen von der Perfektion, was weiß ich, durch Umerziehungslager oder durch die operative Entfernung der Fantasie und was es da noch für Horrorvisionen gab, ja sozusagen die Perfektion zu sichern. Das waren die Dystopien mit Samyattins, wie er mit George Orwells 1984 bis in den 1980er Jahren wird das sehr düster beschrieben, etwa mit der Report der Markt von Margaret Atwood. Es geht dann immer um so totalitäre oder auch mal religiöse Diktaturen, die insbesondere verhindern wollen, dass Leute, die da drin wohnen, eigene Utopien entwickeln und selber dafür sorgen, dass sich diese Ordnung ändert. Und das wurde viel aufgefasst als das Ende der Utopien. Utopien waren die starren Beschreibungen der Perfektion, Dystopien haben aufgezeigt, wie schrecklich das in Wirklichkeit ist. Jetzt kam aber gerade mit der Science-Fiction-Literatur von Ursula K. Le Guin eine Neuart des Erzählens rein. Das war eine interessante Kombination. Die hat erzählt wie in Dystopien, also hat sozusagen die Einzelperspektive von einem Bewohner der besseren Welt erzählt und hat überhaupt nicht verschwiegen, in welcher Hinsicht es dem nicht so gut geht, wie er sich das wünschen könnte. Wie er sozusagen darauf reagiert, wie er versucht, ein bisschen Widerstand zu leisten, wie er feststellt, das geht so einfach nicht. Wie er resigniert, erst mal versucht abzuhauen und so weiter. Ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, aber es wird klar, es kommt so eine Mischung zwischen einer Dystopie heraus, in der es viele nicht so gute Dinge gibt und aber eine Utopie, weil die beschriebene Gesellschaft immer noch besser ist als die zeitgenössische Gesellschaftsordnung der Autorin, was in dem Fall die Erde mit dem Kalten Krieg und insbesondere der Kapitalismus in den damaligen USA ist, die literarisch etwas umformuliert in ihrem Roman The Dispossessed vorkommt, der inzwischen drei deutsche Titel hat. Planete haben nicht sie, die Enteigneten und freie Geister. Also wenn wir so Literaturtipps geben wollen. Okay, und solche Utopien, finde ich, sind heutzutage noch relevant. Utopien nämlich, die nicht den starren Zustand beschreiben, sondern vielmehr eine Entwicklung, die mit der Zeit stattfindet. Utopie als Prozess, als etwas, was zwar Hoffnung schaffen kann, aber nicht Hoffnung auf einen Endzustand, wo man endlich ankommen kann. Das war bei Ernst Bloch die Idee der Utopie. Das müssen wir wohl verwerfen, sondern Utopie als etwas, das uns ständig dazu antreibt, weiterzugehen und im Grunde die Ansprüche auch zu erhöhen. Das, finde ich, ist spannend und tritt in ganz unterschiedlichen Formaten auf. Ich habe auch immer empfohlen, die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson ist jetzt anders als bei Le Guin keine rein anarchistische Angelegenheit, aber das ist auch gut, denn es wird gerade gezeigt, dass in dem Fall ist es der Mars, der soll besiedelt werden, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Vorstellungen haben, wie man denn eine neue Gesellschaft aufbaut und Anarchismus spielt dabei eine gewisse Rolle. Es gibt aber auch ganz andere, die auch sich durchsetzen wollen und dann kann man das so verfolgen und wir leben ja in einer historischen Welt, die sich auch historisch entwickelt. Das müsste in neuen Utopien, wenn die zu schreiben wären, mit hineingedacht werden und dann bekommen wir sozusagen so ein dynamisches Gefühl von der Gesellschaft und auch die Vorstellung der Alternativlosigkeit, sodass wir jetzt angekommen sind seit dem Zusammenbruch des Ostblocks, wird dadurch erschüttert, denn das ist offensichtlich schon falsch und das sollte auch in unserer Vorstellung durch etwas anderes ersetzt werden. Durch die Vorstellung, dass wir nach dem Besseren streben und dabei scheitern können, was uns vorsichtig, aber nicht mutlos machen sollte. Das finde ich toll, wenn Utopien das leisten könnten und ich glaube, die guten Utopien können das leisten. Ich schicke übrigens gerne eine Liste schriftlich, ohne dass ich jetzt aufzählen muss, von Texten, wo ich sage, das ist toll, das ist vielleicht für die Zuschauer ihres Blogs ganz interessant zum Download oder so. Könnte ich ja nachher eine PDF schicken. Genau, cool. Können wir dann auf YouTube in die Box stellen. Super. Genau. Also wenn ich recappen darf. Also Utopien haben eine mehrfache Funktion. Also mit Ernst Bloch gesprochen, weil er ja auch schon erwähnt wurde, können Utopien mobilisieren, sie können Emotionen aufladen, sie können auch Hoffnung geben. Das Prinzip Hoffnung ist ja bei Bloch sehr groß geschrieben. Ja, richtig. Utopien, wie Sie das auch skizziert haben, sind einerseits ein kritischer Blick auf den Status Quo, also sie hinterfragen bestehende Macht- und Herrschafts- und auch Geschlechtsverhältnisse in neueren Jahren oder auch bei Le Guin. Sie ist ja durchaus da sehr feministisch. Auch fast schon revolutionär, wenn man bedenkt, dass sie die Pronomen, die Possessivpronomen auslässt, also sprich, es gibt keine anzeigende Fürwörter. Also ja, ist ein zu empfehlender Roman. Auf jeden Fall, es ist einerseits eine Kritik, eine radikale Kritik am Status Quo und andererseits, genau durch diese Kritik wird eben dieser Horizont geöffnet für eine neue Welt, für eine neue Gesellschaftskonfiguration. Und bei Le Guin gefällt mir persönlich, dass es, wie Sie auch schon gesagt haben, dass es ein offener Prozess ist. Das bedeutet, sie leugnet nicht Antagonismen, sie skizziert nicht die eine Utopie, die eine Welt, in der alles perfekt und Blümchen und Rosen und Sonnen scheint, sondern sie sagt, es ist ein ständiger Kampf. Und Perfektion ist nicht ein Stillstand. Es ist dynamisch und es muss wiedererkämpft werden und es gibt Rückschritte und dann müssen wir wiederkämpfen. Und genau das ist eigentlich der Inbegriff für Demokratie, so wie ich das verstehe. Demokratie muss erkämpft werden. Ständig muss Macht hinterfragt werden. Und die Auswahlverfahren müssen ständig neu erfunden und gedacht und erkämpft werden. Und insofern sind Utopien nicht nur Tagträumereien oder schöne Geschichte oder literarische Bücher, sondern haben auch eine politische Kraft. Also das haben wir, glaube ich, gut skizziert und ich glaube, da sind Utopien wichtig. Ich sehe das auch so. Und ich glaube, dass wenn wir ein bisschen wie Ernst Bloch das in den ersten beiden Bänden von seinem Mammutwerk beschrieben hat, den Utopiebegriff nicht nur auf jetzt ein paar Bücher, die man lesen kann, bezieht, sondern generell auf die Konstruktion von, ich sage mal, Zielvorstellungen, Sollwerten, Idealen, irgendwie Beschreibungen von Zuständen, die man sich wünscht, dann ist damit auch etwas gewonnen. Das ist jetzt vielleicht analytisch nicht so sauber, für den Utopieforscher, der gerne eine enge Definition hätte, um seinen Forschungsbereich einzuschränken. Und so muss ich das ja auch machen. So habe ich das in der Dissertation und in zahlreichen weiteren Publikationen zur Utopie auch machen müssen. Dennoch glaube ich, dass es durchaus legitim ist, wenn einer, der Zahnschmerzen hat, sich eine Welt wünscht, in der er keine Zahnschmerzen hat oder in der es gleich keine Zahnschmerzen gibt. Und es ist ja tatsächlich so, dass das ein im Grunde erreichbarer Zustand ist, entweder individuell durch zahnmedizinische Behandlung oder auch gesellschaftsweit vielleicht durch eine Veränderung der Mundhygiene, aber auch der Ernährungsgewohnheiten. Wir haben Zahnprobleme ja erst seit Ackerbau und Viehzucht. Den Menschen gibt es länger. Bei den früheren Jägern und Sammlern finden wir praktisch keine Karies. Das geht erst los, wenn wir ständig Getreide im Mund in Zucker verwandeln und damit eben Kariesbakterien füttern. Ich bin jetzt kein Primitivist. Ich will nicht auf Ackerbau und Viehzucht verzichten. Semmeln und Brezen gehören zu meinem guten Leben dazu. Aber ich weiß natürlich, dass ich dann viel Zähne putzen muss. Klar, das ist also etwas Erreichbares und wir können erreichbare Ziele immer größer formulieren. Wahlprogramme sind sowas wie Utopien, wenn darin beschrieben wird, das und das ist gut, also wählt uns. Und das gibt es in alle Richtungen. Der Neoliberalismus hat eine Utopie. Milton Friedman's Kapitalismus und Freiheit. Wenn man das mal liest, dann könnte man fast begeistert sein. So, ach, hätte ich nur alles in meinem Leben den Markt entscheiden lassen, dann wäre es immer optimal geworden. Ist natürlich Quatsch, aber sehr überzeugend geschrieben und wirkungsvoll. Das haben Politiker gelesen und die haben gesagt, ach so müssen wir das machen und haben dann entsprechende Hebel umgelegt. Utopien können also auch wirkungsvoll sein. Wir leben sozusagen in dem Versuch, die neoliberale Utopie zu verwirklichen. Und ich hätte gern, dass wir so überzeugend geschriebene und auch so wirkungsvoll anarchistische Utopien hätten. Und es gibt tolle anarchistische Utopien, die sind nur bisher nicht so wirkungsvoll, wie ich mir das wünschen würde. Ja, dem stimme ich zu. Genau. Und gehen wir weg von den Utopien und Ihr neuerster Buchbeitrag handelt über Arbeit. Oder soll ich eher sagen, Nicht-Arbeit? Anti-Work? Sie haben ja ein ganz spezifisches Verständnis von Arbeit. Also Sie differenzieren scheinbar zwischen Arbeit an sich, zwischen dem Leben und Tätigsein und zwischen Lohnarbeit. Und mich würde interessieren, eben wie differenzieren Sie Arbeit und was heißt Anti-Work? Richtig. Anti-Work ist mein letzter Buchbeitrag, der ja auch hoffentlich bald raubkopiert wird. Also ich selber mache das natürlich nicht, weil ich einen Vertrag mit dem Verlag abgeschlossen habe. Aber es ist ein unendlich teures Buch, wo das erschienen ist. Ich sage jetzt auch gleich gar nicht welches. Ich will keine Werbung für sowas Teures machen. Aber ich kann vielleicht kurz rekapitulieren, worin es mir darum geht. Ich meine, dass wir heutzutage in einer Gesellschaft leben, die sehr viele menschliche Tätigkeiten als Arbeit definieren und den Wert dieser Arbeit am Lohn, den man erhält, bemessen. Das ist eine Art Kommerzialisierung des Lebens. So ist sozusagen alles, was ich tue, muss ich daran messen, wie viel verdiene ich denn eigentlich gerade. Dieses Interview jetzt ist, soweit ich das abschätzen kann, wirklich völlig wertlos, weil sie mich nicht bezahlen. Allerdings ist es vermutlich auch für sie wertvoll, weil auch ich sie nicht bezahle. Irgendwie bescheißen wir uns gerade und machen was völlig Dummes, wenn wir so denken. Ich glaube, wir sollten nicht so denken. Und das ist auch gar nicht meine Erfindung. Das konnte man schon vor jetzt, ich glaube, 50 Jahren bei Hannah Arendt. Nee, 60 Jahre sind das jetzt, glaube ich. Vita Activa, ein äußerst lesenswertes Buch über die menschlichen Tätigkeiten. Und sie differenziert da zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln. Und ich glaube, das kann schon ganz hilfreich sein. Sie sieht dann das Arbeiten lediglich als das, was wir tun müssen, um halt sozusagen unsere Lebensmittel zu haben. Das ist direkt in so einem Lebenskreislauf drin. Da können wir nicht weg. Arbeit abschaffen wäre nach dem Modell nicht möglich. Ich orientiere mich jetzt nicht vollständig daran, aber die Idee, sozusagen die menschlichen Tätigkeiten differenziert zu sehen, die habe ich von Hannah Arendt. Mir wäre es jetzt aus anarchistischer Perspektive, käme es mir sinnvoller vor, sozusagen zu unterscheiden zwischen Tätigkeit, also einerseits zu unterscheiden zwischen Tätigkeiten, für die man einen Lohn erhält oder nicht. Das sind Lohnarbeit und allen anderen Dingen. Und da kann dieselbe Tätigkeit mal Arbeit und mal nicht sein, eben davon abhängig, ob ich einen Lohn erhalte. Wenn bei mir in der Küche geputzt wird, ist das keine Arbeit, sondern Hausarbeit. Aber niemand wird bezahlt. Ich muss mich da sozusagen selber darum kümmern. Würde ich jetzt aber Putzpersonal einstellen, dann würde das bezahlt werden und dann wäre es plötzlich Arbeit. Also das ist die eine Sache, wo man jetzt auch differenzieren kann zwischen den Verhältnissen, die Leute zueinander haben. Wenn ich mit meiner Freundin, mit der ich zusammenlebe, mir die Arbeit teile, die Hausarbeit ist, ist das ja keine Lohnarbeit, sondern es sind notwendige Dinge, die wir machen müssen, damit es bei uns zu Hause sauber ist, damit man gut leben kann. Und dann ist das eine Verständigung, wo wir eben schauen, wie können wir das am besten aufteilen, dass wir beide zufrieden sind. Das Ideal ist die Gleichverteilung der Arbeit, wobei wir gewisse Präferenzen haben. Also manche Sachen mache ich nicht so gern, andere Sachen macht sie nicht so gern. Und so können wir das dann untereinander aufteilen. Was dabei idealerweise nicht mit eingebaut wird, sind Machtbeziehungen, die aber bei der Lohnarbeit immer mit dabei sind. Denn Lohnarbeit ist eine entlohnte Arbeit, die man ja nur für den Lohn macht oder primär für den Lohn, den man aber zwingend braucht, um überleben zu können. Es entsteht wieder so eine Art Erpressungssituation. Dieser formell freie Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der ja frei und freiwillig und untergleichen geschehen soll, das sind die formalen Annahmen darüber, der ist ja gar nicht so. Das ist sehr unfrei. Das merke ich auch selbst. Also wenn ich einen Lehrauftrag annehme, mache ich das bei Institutionen, die mir einen bereits fertig formulierten Vertrag vorlegen. Da gibt es keine Verhandlungen. Ich nehme den an oder ich kriege den Lehrauftrag nicht. Dasselbe gilt für Anstellungen an Universitäten, die man ja auch ständig verlängern lassen muss, weswegen man, während man an der Universität arbeitet, für ein Semester, mal für zwei Semester oder so, die ganze Zeit zeigen muss, wie toll man ist und wie sehr man dem Arbeitgeber auch gefällt, sodass der dann diesen Vertrag verlängert. Wir haben es also hier mit einer systematisch ungleichen Machtbeziehung zu tun im Lohnarbeitsverhältnis. Und dieses Lohnarbeitsverhältnis ist nun aber dummerweise die soziale Beziehung, die uns heutzutage als die wichtigste Beziehung überhaupt erscheint. Das ist sozusagen die Superlegitimation für alles. So können Regierungen zwar sagen, wir würden es lieber haben, wenn wir keine Waffen an alle möglichen kriegsführenden Parteien verkaufen, aber Arbeitsplätze. Wenn es Arbeitsplätze gibt, dann ist uns ganz egal, was mit den Produkten geschieht, wenn das etwa Minen sind oder Handfeuerwaffen und dergleichen. Natürlich werden die zum Töten von Menschen benutzt. Wozu denn sonst? Niemand geht mit einem Maschinengewehr oder mit einer Maschinenpistole oder mit einer Landmine Hirsche jagen oder sowas. Also scheint Arbeit einen großen legitimatorischen Wert zu haben und ich finde, den hat die Arbeit, die Lohnarbeit nicht verdient. Zumal es ja unter all den Arbeiten, die es als Lohnarbeit gibt, einen großen Teil von unsinniger, von sozial schädlicher Arbeit gibt, die noch dazu auch ökologisch schädlich ist. Also Arbeit erzeugt wirklich sehr viele Übel, auf die wir verzichten könnten, weil die Güter, die bei derselben Arbeit erzeugt werden, gar nicht so groß oder vielleicht überhaupt nicht vorhanden sind. Das betrifft zum Beispiel viele Arbeiten, die der sozialen Kontrolle dienen, wo es also nur darum geht, Leute sozusagen auf Linie zu halten oder die Arbeit, die sozusagen nur den Finanzströmen dient, die ja sozusagen eine Art Eigendynamik entwickelt haben und keineswegs dafür sorgen, dass jeder sein Brot bekommt, damit er seine Karies füttern kann. Also ich könnte keine genaue Liste aufstellen, was aus meiner Sicht jetzt alles nützlich und unnütz ist. Ich weiß aber, dass es viele Leute gibt, die von ihrer eigenen Arbeit sagen müssen, dass das Bullshit-Jobs sind. So hat das David Graeber ausgedrückt, sehr lesenswerter Essay übrigens, der ebenfalls in diese arbeitskritische Kerbe schlägt. So, also es gibt viele Gründe, gegen Arbeit zu sein und zwar eben, weil die Arbeit ein Herrschaftsinstrument ist, das nicht nur auf Erpressung beruht, sondern das mit Ausbeutung verbunden ist. Also man bekommt als Arbeiter gar nicht alles, was man erwirtschaftet hat. Es erzeugt auch Entfremdung, weil man ja gar nicht mehr direkt mit dem Produkt zu tun hat, sondern so eine Rechtsbeziehung eingegangen ist, vielleicht nur ein Teilprodukt erstellt. Also da gibt es eine ganze Reihe von zum Teil auch schon sehr alter Kritik an dieser Arbeit. Dazu kommt die Fabrikdisziplin, die ja auch Foucault herausgearbeitet hat, wo ich sozusagen das Unterwürfige, das der Arbeiter gegenüber dem Vorarbeiter haben muss oder gar gegenüber der Maschine, an der er hier festschrauben muss. Man stellt sich es vor wie Modern Times, wo Charlie Chaplin in die Maschine eingezogen wird. Das ist ein schönes Bild, aber tatsächlich werden wir ja in die Maschinen eingezogen. In die industriellen Maschinen, aber auch in die bürokratischen Maschinen in den großen Betrieben. Und es kommt noch dazu, dass Arbeit krank macht. Es ist so, dass wir einen hohen Krankenstand haben und zwar schon immer. Und ich glaube, dass das nicht nur reale Krankheiten von ansonsten sehr arbeitswilligen Leuten sind, sondern dass wir es da mit einem großen Prozentsatz von heimlichem Widerstand gegen das Arbeitsregime zu tun haben. Anders ist das vermutlich gar nicht zu erklären. Das zeigt sich etwa statistisch daran, dass die Leute bei schönem Wetter häufiger zu Krankheiten neigen als bei kreisligem Wetter, einfach weil man krankfeiern besser bei schönem Wetter kann. Es gibt da einige Untersuchungen, die häufig sehr ratlos am Schluss dastehen und sich nicht erklären können, warum die Leute nicht arbeiten wollen. Und das liegt eben an diesem, ich sage mal, weit verbreiteten Vorurteil, dass Arbeit an sich etwas Positives ist. Diese Vorstellung übrigens teilen auch viele Anarchisten. Generell sind die linken Feinde des Kapitalismus und der Ausbeutung häufig sehr arbeitsfreundlich. Wir können sozusagen unterscheiden bei den Linken zwischen den Produktivisten und den Antiproduktivisten. Die Produktivisten haben häufig so eine Art, ich sage mal, Modernisierungsdiskurs. Die erzählen uns, dass wir ja sehr viele Güter und Dienstleistungen brauchen. Und die müssen ja hergestellt werden. Und das geht am besten, wenn alle Leute ihren Beitrag leisten, der natürlich, je größer dieser Beitrag ist, desto mehr Reichtümer sind zu verteilen. Klingt erstmal logisch. Die Antiproduktivisten sagen aber, dass ein großer Teil von dem, was so verteilt werden könnte, mit sehr viel weniger Arbeit produziert werden könnte, wenn man mehr automatisiert. Und dass gleichzeitig eine ganze Menge von dem, was verteilt werden könnte, es gar nicht wert ist, verteilt zu werden. Also viele Dinge sind einfach unnötig oder sogar schädlich. Die brauchen wir nur, weil wir sie uns einbilden. Und das tun wir, weil wir im Prinzip entweder von der Werbung überredet werden oder weil es Moden gibt. Plötzlich kann ich diese Hose nicht mehr tragen, sondern muss eine ganz ähnliche Hose haben, die halt diesen Sommer die Mode ist. Oder die Dinge gehen schnell kaputt. Diese geplante Obsoleszenz wäre das in dem Fall, dass also Dinge immer wieder hergestellt werden müssen, weil sie schneller kaputt gehen. Und das dient eben nicht den Verbrauchern oder Benutzern dieser Dinge, sondern das dient den Kapitalisten, die damit einen Profit machen. Je mehr sie verkaufen, desto mehr verdienen sie ja. Also ich bin ein Antiproduktivist. Man hört es schon raus. Ich richte mich gegen die Arbeit, aber eben differenziert. Ich sage nicht, es soll überhaupt nichts mehr hergestellt werden oder es sollte keine Dienstleistungen mehr geben. Und ich sage auch nicht, es sollte keine Anerkennung für Arbeit geben. Arbeit kann ja wirklich auch viele gute Dinge bringen. Also beispielsweise wird viel Nützliches und Notwendiges hergestellt. Man kann einen Sinn aus der Arbeit ziehen, die man macht. Und man kann Anerkennung erhalten für die Arbeit, die man macht. Und man kann in der Arbeit Gemeinschaft finden durch die Kollegen, aber auch durch die Kunden, Patienten, Klienten oder mit wem auch immer man es zu tun hat. Das sind lauter tolle Sachen. Nur was ich eben glaube, ist, dass der Aspekt der Lohnarbeit all das verwäscht, verzerrt und sogar unmöglich teilweise macht, wohingegen die fast gleichen Tätigkeiten viel sinnvoller, viel erfüllender, viel mehr Anerkennung nach sich zielender werden könnten, wenn wir es eben nicht deswegen machen würden, weil wir einen Lohn erhalten. Sehr spannend. Also ja, wie das genau funktionieren soll. Nun ja, das ist natürlich, ich kann nicht jetzt zeigen, hier und da ist es schon so gemacht. Da fehlt es jetzt an guten Elementen. Aber wir haben ja Utopien dafür, in denen tatsächlich in der Science Fiction beschrieben wird, wie wir in arbeitslosen, arbeitsfreien oder jedenfalls sehr viel weniger durch das Arbeitsregime strukturierten Gesellschaften leben könnten und dabei ein gutes Leben führen. Also wenn mich nicht alles täuscht, bei den Zapatista in Mexiko gibt es ja auch so Rotationsprinzipien. Das bedeutet, die Arbeit wird aufgeteilt und auch diese rotiert. Also eben das soll die Empfremdung auch verhindern teilweise, was natürlich alles Vor- und Nachteile mit sich bringt. Es hat alles Vor- und Nachteile. Der Nachteil der Rotation ist, dass man sozusagen nicht so schnell in diesen Flow kommt, in den man kommen kann, wenn man eine Expertise hat. Wenn man also etwas immer wieder tut, dann kann man es besser und man kann es sozusagen nebenher erledigen, während man im Kopf schon was anderes denkt. Das würde ja die Rotation sozusagen verhindern. Gleichzeitig sorgt die Rotation aber dafür, dass jeder mal kennenlernt, was da eigentlich zu tun ist und was eigentlich das für Mühen bedeutet. Und dann kann man viel mehr anerkennen, wie das für die anderen ist. Also ja, Vor- und Nachteile immer. Aber ich bin ja nicht Anarchist, weil ich eine perfekte Welt will, in der es keine Probleme mehr gibt. Und selbst wenn ich das wollen würde, wäre der Anarchismus nicht der richtige Weg dafür, sondern es geht mir einfach darum, auf eine weniger fiese Art die Probleme zu bearbeiten und zu versuchen, wenigstens so einigermaßen was auf die Reihe zu fliegen. Also da, auch wenn ich vorhin von hohen Ansprüchen sprach, hohe realistische Ansprüche. Ich glaube, das wäre ganz gut und ich glaube, dass wir wirklich ein anderes Verhältnis zur Arbeit haben können, zumal dieses Verhältnis zur Arbeit, das wir haben, ja geschichtlich entstanden ist unter bestimmten Umständen, gegen die sich der Anarchismus errichtet. Also insbesondere den Kapitalismus und den Staat, der durch seine Aktivierungsmaßnahmen ja Arbeit wirklich zum höchsten Zweck gefunden hat. Ja, absolut. Wenn mich nicht täuscht, ich habe hier von Georg Sesslund ein Büchlein über Trump und darin hat er eben diese Erzählung, dieser American Dream und jeder kann es schaffen vom Tellerwäscher zum Millionär. Und er hat das in einem wunderschönen Zitat so beschrieben, dass eben dieser Mythos, und das ist eben auch eine Utopie, dass man durch Arbeit reich wird. Und wenn du fleißig genug bist und wenn du brav arbeitest und dem System folgst, dann kletterst du die Leiter hoch und irgendwann schaffst du es. Und das ist halt auch eine Vision und vielleicht sogar die Mainstream-Vision von Lohnarbeit oder Arbeit generell. Und das gibt es, aber das ist ja nun wirklich jetzt empirisch betrachtet ein Schmarrn, weil also die Arbeiter, die durch ihre ehrliche Arbeit reich geworden sind, das sind ja nun nicht besonders viele. Ich will nicht sagen, dass es nicht vereinzelt das gibt, aber die meisten Arbeiter, solange sie ehrlich bleiben, werden eben nicht reich. Und die meisten, die reich sind, sind es nicht durch Arbeit oder jedenfalls nicht durch ehrliche Arbeit im Sinne dieser protestantischen Arbeitsethik geworden, wo es sozusagen darum geht, sich selbst zurückzunehmen und diesen Projekt, das man macht, sich aufzuopfern und so. Also auch paradox, man arbeitet, um nicht zu arbeiten. Irgendwie schon, ja. Es ist doch paradox, weil man macht nicht gleich von vorne innen das, was einen erfüllt, sondern man quält sich ab, um diesen Traum zu verfolgen, um eben dann den Traum zu verwirklichen. Warum nicht gleich die umgekehrte Reihenfolge. Ich darf kein Grattler sein, damit ich ein Millionär werde, um dann endlich Grattler sein zu können. Ich verstehe es schon. Es ist viel leichter, wenn man Geld hat, ohne zu arbeiten, zu leben, als wenn man keines hat, weil es ja durchaus viele angenehme Luxusgegenstände gibt, die man nur gegen Geld bekommt. Und auch Anerkennung kann man sich ein Stück weit erkaufen. Also gerade der Blick auf die Markenklamotten, die man trägt, erzeugt ja bereits bei manchem Publikum eine gewisse Anerkennung. Aber da rate ich dann wieder, so wie am Anfang des Gespräches, dazu, sich am Punkrock zu orientieren. Da bekommt man die Anerkennung dadurch, dass man eben keine Markenklamotten trägt. Das ist natürlich eine Verwaschung des echten Punkrock. Ja, also es müssen auch andere Werte her und das kann man nicht von oben diktieren. Und das kann ich auch nicht durch Utopien oder durch meine Theorien, wenn ich welche aufstelle, einreden. Das wird sich so oder so entwickeln. Aber man kann ja zumindest das thematisieren und versuchen zu leben. Und das mag irgendwann cool werden, wenn man nirgendwo an mir ein Markenzeichen sieht. Um kritisch das nochmal zu hinterfragen, weil es gibt ja mehrere Positionen. Also sprich, es gibt die Lohnarbeitslosigkeit für die, die es sich leisten können. Also Reiche müssen theoretisch nicht Lohn arbeiten. Dann gibt es aber auch noch die Lohnarbeitslosigkeit, die geächtet wird. Und zwar, also bei uns hier in Österreich gibt es das AMS zum Beispiel und es gibt soziale Mechanismen, die dich quasi mehr oder weniger zwingen, tätig zu sein. Und auch sozial ist es nicht angesehen, wenn du nicht arbeitest. Du bist ein Fauler, ist ein Nichtsnutz, ist ein Schmarotzer, lebt in der sozialen Hängematte und so weiter. Also nicht arbeiten ist quasi nicht ein Privileg, sondern das geht hier mit eben Nichtanerkennung. Du wirst nicht akzeptiert als volles Mitglied der Gemeinschaft und nicht nur konservative Parteien denken, wenn du nicht ins soziale Steuersystem einzahlst, dann bist du nicht gleichberechtigt. Also Anti-Work, so wie ich das verstehe, hat eben mehrere Facetten, weil nicht zu arbeiten wird im Mainstream in der Gesellschaft nicht positiv aufgefasst. Ja, Anti-Work als individualistische Aussteigerstrategie scheitert eben daran, dass das nicht anerkannt wird, sondern im Grunde als ein Herausfallen betrachtet wird, sodass halt jemand, der es nicht geschafft hat, das, was aber alle schaffen müssen, um Existenzberechtigung zu haben, dass der dann halt sich noch stilisiert, als wäre er, was weiß ich, ein Stadtindianer oder Lebenskünstler oder wie auch immer er das ausdrückt, nur um zu kaschieren, dass er in Wirklichkeit verloren hat. Das ist wahr, das ist etwas, was es in der Gesellschaft gibt, das ist einerseits von der Politik gewollt und ich weiß gar nicht, wer das mehr pusht, ob das die Konservativen oder die Sozialdemokraten sind, die man eindeutig zu den Produktivisten und Modernisierern zählen muss, die, ich weiß nicht, was für eine Rolle die in Österreich dabei gespielt haben, also in Deutschland zumindest waren sie diejenigen, die mit den Hartz-IV-Gesetzen, also einen Überwachungsstaat geschaffen haben, der also gerade diejenigen, die sich als resistent gegen Arbeitsmarktangebote, die sie bekommen, so mies die auch sein mögen, dass sie die einfach nicht annehmen. Solche Resistenzen werden jetzt überwunden, indem einfach Kontrolleure in die Wohnungen reingehen, alles durchwühlen und also da wirklich, es sind fürchterliche Umgangsweisen, da wird der Staat sehr, sehr übergriffig, wenn es um so etwas geht. Und das macht er nicht, weil er müsste, das ist ja durchaus nicht produktiv für den Staat und auch für die Wirtschaft ist das nicht produktiv. Es ist aber politisch, ich sage mal, nützlich, weil Ressentiments, die tatsächlich in der Gesellschaft bestehen, aufgegriffen werden. Und das ist das Ressentiment gegen den Faulenzer. Und ich weiß nicht, das ist ein altes Ressentiment, das sich noch von Arbeitern und Bürgerlichen gegen den Adel gerichtet hat, der ja heutzutage wieder irgendwie schon en vogue ist. Also es gibt Fernsehformate, die unheimlich erfolgreich sind, die zeigen, wie Leute im Grunde überhaupt nichts Produktives tun, sondern nur das Geld raushauen. Vielleicht soll es aber auch nur ein Antrieb sein, zu sagen, hier, buckelt 40 Jahre, dann ist es bei euch auch so. Aber wer 40 Jahre buckeln muss, wird dadurch halt nicht wirklich reich. Ich glaube, dass das ein Wert ist, der sich nicht schnell ganz verabschieden wird. Aber ich glaube gleichzeitig nicht, dass das ein Wert ist, der dem Menschen angeboren ist. Denn schauen wir uns frühere Gesellschaftsformationen an. Im Feudalismus, so ablehnenswert er auch ist, war Arbeit einfach nicht angesehen. Denn nicht Arbeit adelt, sondern gerade die Freiheit von der Notwendigkeit arbeiten zu müssen und die Macht, sich gegen einen Arbeitszwang wehren zu können, das macht den Adel aus. Selbst wenn andere Leute ganz andere Ansichten haben, da muss man sozusagen machtvoll darüber stehen. Nun, als Anarchist bin ich natürlich nicht für so einen Adel, aber die Einstellung, dass Arbeit adelt, die halte ich für falsch, auch wenn wir Anarchisten finden, die genau das finden. Oder die alten Griechen, die auch die Arbeit abgelehnt haben, das allerdings auf der Basis der Sklavenarbeit, so wie die Adeligen auf der Basis der Leibeigenen das gemacht haben, also auf dem Rücken anderer. Und ich glaube, es sollte uns doch heute gelingen, mit unserem Maschinenpark und mit unseren Computern und mit unserer Genialität, was Organisations, Organisational Design angeht, dass wir Formen finden, in denen wir das zumindest minimieren, was wir als Maloche haben, als wirklich dreckige Arbeit. Manches muss wirklich sein, irgendjemand muss die Latrinen reinigen. Also machen wir doch einen Wettbewerb daraus. Jeder muss mal teilnehmen und kann sich messen, an den anderen wäre es der beste Scheißeschaufler. Aber ich finde nicht, dass irgendeine Gruppe Menschen ganz zu Scheißeschauflern abgestempelt werden sollen. Dann womöglich noch blickt man auf sie herab und bezahlt sie besonders schlecht. Also da läuft gleich momentan ziemlich viel schief, dass wir besser machen könnten. Und ich glaube, dass es dann vor allem die sozialen Umstände sind, an denen wir tatsächlich was ändern können, die auch etwas an der Wertigkeit, am Wertsystem der Leute ändern würden. Hoffe ich jedenfalls. Ja, diese hierarchische Form von Arbeit finden wir in vielen Gesellschaften. Also im Kastensystem gibt es ja auch gewisse Kasten, die gewisse Arbeiten erledigen und so. Die Sklaven im alten Rom. Also es gab anscheinend durchwegs in der Menschheitsgeschichte Formen von hierarchischer Arbeit. Ab Ackerbau und Viehzucht, ab der Einführung der großen institutionalisierten Religionen, der großen Bewässerungsanlagen und so weiter. Also ab dem Moment, wo das, was wir jetzt Zivilisation nennen, diese großen Hochkulturen, ab da gab es das. Aber lange, lange Zeit vorher gab es das eigentlich nicht. Allerdings auf einem sehr niedrigen wirtschaftlichen Niveau, zu dem ich gar nicht zurück will. Ich glaube, anarchistische Anthropologen wie James Scott oder Harold Barkley unter anderem beschreiben solche Gesellschaften ganz gut. Ja. Ja. Genau. Um zur letzten Frage zu kommen, und zwar wieder etwas Persönliches. Wie kommen Sie als Anarchist im wissenschaftlichen Betrieb voran? Also Sie lehren ja und Sie sind diesen akademischen Weg gegangen, wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann haben Sie unterrichtet und so. Und wie kommen Sie jetzt zurecht? Weil der wissenschaftliche Betrieb, das ist ja auch nichts Neues, ist auch hierarchisch aufgebaut. Es gibt strikte Kommandoketten quasi und du kannst ja auch nicht hingehen und alles unterrichten. Also du musst dich ja auch an einen gewissen Kanon halten, der, wie wir wissen, ja auch durchwegs männlich, weiß und bürgerlich ist. Also wie kommst du als Anarchist überhaupt zurecht in dieser Community? Ähm, ja. Das Leben an den Universitäten ist gemischt, möchte ich mal sagen. Ich habe den Weg gewählt, weil ich einfach, als das Studium vorbei war, ich noch nicht genug gelernt hatte. Ich wäre am liebsten mein Leben lang, ich wäre auch Student geblieben. Das geht jetzt aber irgendwie nicht. Also wechsle ich sozusagen im Seminarraum die Zeiten des Katheders, wenn man so will. Außerdem ist es ja gut, wenn man auch Lohn bekommt für die Leistungen, die man da erbringt. Das ist ja auch eine Art Anerkennung, die gerade in unserem Wirtschaftssystem vielleicht die wichtigste ist. Ähm, ja. Dann stellt sich die Frage, wie geht es einem da, als jemand, der jetzt nicht gerade versteckt, dass er ein Anarchist ist oder jedenfalls aus Sicht der Liberalen, der Konservativen, der Technokraten und so weiter irgendwie nicht richtig tickt. Ähm, ich möchte sagen, in dem Jahr 1998, als ich meinen Magisterabschluss gemacht habe, das war dasselbe Jahr, in dem ich auch zur Wahl des Deutschen Bundestages angetreten bin, mit der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands, deren Slogan es auch war, Arbeit ist scheiße. Also da kommt sozusagen alles zusammen. Und das haben selbstverständlich viele gemerkt. Ja, also ich war im Fernsehen, in den Zeitungen, im Radio zu sehen, als ich hatte in Bayern eine Vorsitzposition inne damals. Und eigentlich müsste es einem erscheinen, als wäre das ein Ausschlusskriterium. So ein kann man nicht auf Studenten loslassen. Es hat sich aber herausgestellt, dass das gar nicht notwendigerweise so ist. Und ich habe auch in der Zwischenzeit einige andere kennengelernt, die wie ich nach dem ersten normalen Studienabschluss, also Magister oder Master oder Diplom, trotz relativ offener anarchistischer Einstellungen zumindest in den Mittelbau es geschafft haben. Mittelbau, das ist das. Also ganz oben die Professoren, ganz unten die Studenten und der Mittelbau, das sind halt dann die, die das Gros der Lehre erledigen und an ihren, ich sage mal, weiterführenden Arbeiten wie Doktorarbeiten, Habilitationen und so weiter arbeiten und da versuchen fortzukommen. Der Mittelbau ist aber so eine Art Durchlauferhitzer. Mittelbau ist für viele Leute offen. Wir haben, glaube ich, auch keine so großen Probleme, was die Anzahl oder den Anteil der Frauen im Mittelteil, im Mittelbau angeht. Das ist da noch relativ offen. Die sind ja tendenziell, was Studienabschlüsse und Promotionen angeht, besser als die Männer. Nur gibt es dann halt sozusagen zwischen dem Mittelbau und dem kleinen, der kleinen Gruppe der Professoren. Flaschenhals. Das ist ein Flaschenhals, genau. Durch den eben nicht viele durchkommen. Und das gilt allgemein. Also es gilt für alle. Das ist jetzt so, ich bin kein Professor geworden und zwar nicht deswegen, nicht weil ich ein Anarchist bin, sondern weil man halt im Grunde generell kein Professor wird. Und es gibt ein paar Ausnahmen. Das ist der normale Weg. Man versucht es und schafft es nicht. Was sehr ärgerlich ist, weil ich hätte es mir zugetraut und bin ja also gerade, was die Lehre angeht, ziemlich erfahren. Habe auch Forschungsarbeiten und entsprechende Publikationen. Aber eben doch in einem sehr speziellen Teilbereich der Politikwissenschaft. Und es hat sich gerade in meinem Fall die Ausrichtung des Faches geändert, seit der Zeit, wo ich angefangen habe mit dem Promovieren. Also eine Promotion über anarchistische Utopien. Das war möglich zwischen 1998 und 2006. Also in der Zeit habe ich das gemacht. Haben wir eh ziemlich lang gebraucht. Habe auch eine Stelle gehabt in der Zeit. Also ging das auch. Und man muss es auch so machen. In Deutschland jedenfalls gibt es dann Gesetz. Sechs Jahre vor der Promotion und sechs Jahre nach der Promotion kann man befristet angestellt werden. Danach sind nur noch unbefristete Verträge, zumindest außerhalb von Drittmittelprojekten, möglich. Und das heißt, dass sozusagen zu meinem Schutz der Staat bestimmt hat, dass ich nur noch unbefristete Verträge bekommen darf. Was so viel heißt, wie ich kriege überhaupt keine Verträge mehr. Oder auch das stimmt nicht ganz. Ich habe ja tatsächlich eine Anstellung an der Fernuniversität zur Zeit. Da bin ich wissenschaftlicher Online-Tutor. Das ist aber zwei Stufen unter meiner Qualifikation. Das ist also ganz schlecht bezahlt nur. Und auch nur ein paar Stunden in der Woche. Also man kann da eigentlich nicht davon leben. Und das ist jetzt sozusagen das, worauf es hinausläuft. Man kann einige Jahre, vielleicht auch zehn Jahre, vielleicht mit Lehraufträgen sogar ein bisschen mehr an der Universität wirken als Lehrperson. Und das ist eine gute Sache. Und man kann da Anarchismus unterbringen als Thema. Zumindest in meinem Fach und andere Fächer werden das auch können. Ethnologie beispielsweise wird immer von den nichtstaatlichen Gesellschaften auch berichten können. Die sind ja gerade besonders interessant, finde ich. Auch in der Literatur mit den anarchistischen Utopien oder auch nicht-utopischen anarchistischen Werken, die es da gibt. Da erscheinen ja alle paar Jahre wieder Sammelbände, die das aufarbeiten. Es gibt also ein paar Fächer, die im Prinzip das schon machen könnten. Nur weil es jetzt dummerweise gerade in der Politikwissenschaft, bei der ich gehofft hatte, als ich angefangen habe zu studieren, dass sie mir besonders beibringt, also kritisch mit Legitimationsnarrativen für den Staat und andere Herrschaftssysteme umzugehen, dass das mit der Zeit abgebaut wurde, zugunsten einer empirisch-analytischen Untersuchung des Geschehens im politischen System. Diese Untersuchung ist natürlich legitim, die braucht es. Und die Politikwissenschaft ist dafür zuständig. Es ist ganz toll, dass das gemacht wird. Aber es wird dabei sozusagen irgendwie das Normative über den Haufen geschmissen. Ich denke, im Zuge der allgemein ausgerufenen Alternativlosigkeit, so als bräuchten wir gar keine, als wäre die Systemfrage nicht mehr zu stellen. Also, um das ganz persönlich zu sagen, mit meinem Forschungsprofil ging ich zu einem neuen Professor an meinem Institut. und der hat sich halt überlegt, ob er von den Leuten, die schon am Lehrstuhl sind, welche übernehmen kann oder ob er seine eigenen Leute, die muss er natürlich auch protegieren, ob er die mehr unterstützen soll. Und dann hat er gesehen, was ich so gemacht habe und hat mich beiseite genommen und hat gesagt, Herr Seifert, ich sage es Ihnen gleich, einer wie Sie sollte nicht habilitieren, denn eine Professur kriegt so einer wie Sie sowieso nie. Denn es gibt einen Normalisierungsprozess in der Politikwissenschaft. Das bedeutet, die Politikwissenschaft versucht, sich selbst eine engere, eine Engführung der Themen, der Forschungsthemen zu geben. Und da soll man am besten, wenn man Professor werden soll, signalisieren, dass man noch normaler ist als die Normalen. Das ist ein Wettbewerb des Unterscheidbarseins, aber gleichzeitig herausstechen. Herausstechen am besten zählbar, also Anzahl der Publikationen, da bin ich eher so mittelmäßig. Also wenn man das mit Gabriel Kuhn vergleicht, der jedes Jahr ein Buch schreibt, peinlich so gut bin ich nicht. Aber nun ja, was hätte ich machen müssen? Ich hätte signalisieren müssen, dass ich mich für den Liberalismus interessiere und die 14. Fußnote von John Stuart Mill in der Habilitationsarbeit auswalze. Was es schon hunderttausendmal gibt, aber gerade dadurch hätte ich bewiesen, dass ich genauso versuche zu sein wie die anderen, insbesondere wie die, die schon Professoren sind und damit zu entscheiden haben, wer der nächste Professor wird. Das läuft ja nach diesem Senioritätsprinzip. Und ich habe das dem geglaubt, weil ich gesehen habe, wie er selbst Professor gewesen ist. Ich war ja im Mittelbau engagiert und habe diese Berufungsverhandlung eng verfolgt, weil vielleicht ein anderes geworden wäre, der mir schon vorher versprochen hat, er behält mich als Assistent. Der ist dann nicht geworden. Naja, der ist jetzt woanders Professor. Also es ist so, man kann schon auch Professor werden. Und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt mehrere Personen, die sich mit Anarchismus beschäftigen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass sie Anarchisten sind, weil ihnen das vielleicht gerade die Karriere verheikeln würde. Und vielleicht sind sie es auch nicht, aber die meisten, die sich mit Anarchismus beschäftigen und sich wirklich reinfuchsen und das wirklich kennenlernen, haben zumindest gewisse Sympathien. Warum sollte man es sonst machen? Karriereförderlich ist es nicht. Und diesen wenigen wünsche ich, dass sie irgendwie Professuren ergattern. Das fände ich schon toll. Ich wäre natürlich auch neidisch, aber besser, ich bin auf Anarchisten neidisch als auf Nicht-Anarchisten. Ja, ich verstehe. Ja, dann danke ich für das überaus äußerst interessante Gespräch. Und ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Danke. Schöne Grüße ans Friedensinstitut. Ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.